Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Outlast mit mir, dem Fear Scream. Wir befinden uns immer noch in diesem Psycho-was auch immer-Gebilde hier. Wir sind unten jetzt in dem geheimen Labor oder was auch immer das ist. Wir müssen jetzt Billy finden und ihn töten. Äh, oder vernichten, wie auch immer. Und wir müssen jetzt das geheime Labor finden. Ja, wir machen uns auf den Weg und wir ziehen das jetzt hier knallhart durch. Ich glaube... Okay, hier ist die Cafeteria. Hier gibt es lecker Gedärme heute zum Frühstück. Oh, hier ist alles. What? Oh, warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Oh, warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Oh, scheiße, der ist ganz nah, der ist ganz nah, der ist ganz nah, der ist ganz nah, der ist totesnah. Boah, mach die Tür zu, Mann, Digga, mach die Tür zu! Oh! Oh fuck, 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 okay. Oh, wo müssen wir lang, wo müssen wir lang? Ich weiß es nicht. Okay, Tür, Tür zu. Kommt der? Ja, fuck, der kommt. Okay, okay. Aber die Türen halten anscheinend auf. Was ist das? Oh mein Gott. Ich glaube, so schnell du kannst. Lauf, 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 Digga. Oh, was? Okay, ich glaube, hier kann der nicht durch. Hallo. Oder? Jetzt ist er weg. Okay, kommen wir nicht weiter. Ah, hier ist absolute Ausnahmezustand, Leute. Und ich glaube, das Gespenst hat ja auch mal dicke, fette Gemetzelt, so wie es aussieht. Psycho. Hallo, jemand zu Hause? Das sieht auf jeden Fall schon mal nach geheimen Labor aus. Jawohl, Leute. Sehr gut. Okay. Okay, stabil. Die Systeme funktionieren. Was haben wir hier? Okay, das Gehirn von jemandem. Drehe das Ventil für den, äh, Nervlissigkeits... Da hält auch was. Oh. Bist du, Billy? Geht's dir gut? Auf jeden Fall ist der schon halb mutiert, ne? Wir sehen da auch wieder diese Veränderungen bei Ihnen. Und hier haben wir noch einen Bericht. Mal gucken. Dokumente. Morphogenetischer Antrieb Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1 Der angereicherte, oxygenierte Perfluorocarbon im Nervflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung der Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeatmung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Aha, wir sollen ja jetzt auch das Ventil schließen, dann. Hat der auf jeden Fall eine tolle Auerschein in der Arme. Lebenserhaltungssystem 2 Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollte stündlich bestätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3 Im Fall eines Ausfalls des Lebenserhaltungssystem 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Das ist ja das, was wir erreichen wollen. Also, hört sich zwar doof an, aber Leute, ohne Scheiß. Für mich sieht das nicht aus wie ein Patient, sondern wie ein Experiment, was hier betrieben wird. Ich habe immer noch dieses Geräusch von diesem Geist im Kopf. Und dann ist das Absolut heftig. Okay, das ist alles nur Anzeigen. Also eine Kaffeetasse. Oh, hier ist noch ein Bericht. Guck mal, was hier so steht. Dokumente. Der moderne Prometheus Aus der persönlichen Notizen von Dr. Wernicke Frankenstein oder der moderne Prometheus von Merli, blablabla, das ist so wichtig Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann, um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, dem die Welt nicht größer ist, als der Marktflecken doch Marktflecken darin darin er geboren ward. Um wie viele glücklicher ist nicht solch ein Mensch zu schätzen, den einer, der da strebte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubt. Okay. Das war jetzt nicht so. Das heißt, dumme Menschen sind einfach glücklich. Okay. In der Kurzfassung. Okay, hier haben wir das Ventil. Okay, jetzt die Stromversorgung kappen. Ich höre schon wieder dieses Vieh. Da ist er. Mann. Mann. Warum kommt der immer wieder? Lauf, Digga. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Okay, die Tür schließen wir. Hopp. Um ein bisschen Zeit zu gewinnen, müssen wir immer die Türen schließen, Leute. Das ist mir hier bei Outlast auf jeden Fall aufgefallen. Na komm. Ah, hier oben sehen wir es. Ein System ist ausgefallen. Jetzt kommt die Stromversorgung. Leidet er schon? Also auf jeden Fall starke Schmerzen haben, stand gerade in dem ersten Bericht. Aber wir können es nicht ändern, Leute. Wir müssen das hier alles beenden. So, das Experiment. Oh, können wir nicht weitergehen lassen. Wir wollen hier nur lebend raus und das Ganze veröffentlichen. Okay, lauf, 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 lauf. Wie hoch geht das hier? Da ist immer noch hinter uns. Die Musik ist so krass. Komm schon, komm schon, komm schon. Mein Gott. Empire State Baiting oder was? Und hopp. Jawohl, sehr gut. Oh, da geht es nicht lang. Oh Gott, es ist dunkel. Was ist denn das hier? Die Kamera schreckt. Oh Gott, der ist ganz nah. Schön, 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 schön. Wow. Puh. Naatze? Hast mich nicht gekriegt, hm? Ist hier noch irgendwas? Wow. Wow. Extrem. Was sind die Server, ne? Wow, wow, wow. Okay, schnippe, schnippe, schnippe. Der Strom ist aus, meine Freunde. Deaktiviere Billys Notfallsystem. Okay, Billy ist wirklich der, der da... Nein, das Vieh kommt schon wieder. Warum? Oh, wir müssen hier raus. Geht gar nicht anders, Leute. Oh. Ich bin ja nochmal dekontaminiert. Ich bin echt angespannt, ne? Kammer des Schreckens. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist er? Wo ist er? Oh, fuck, rein, rein, rein. Hopp. Was? Warum? Warum? Nein. Aua. Mann, was macht der mit uns? Das war heute, der uns auch noch das Leben. Oh, der ist immer noch hier drin. Nein, alter, falsch. Mann. Oh, das ist jetzt so. Nein. Das ist jetzt so. Mach uns nicht auf. Das ist das Notfallsystem unterbrechen, ne? Okay. Okay, okay, okay. Komm schon, komm schon, komm schon. Wow, wir haben es geschafft. Oh. Was? Nein. Oh, Mann. Dieser Scheißgeist. Ich wünsche mir wieder den Dicken mit den Ketten zurück. Ohne Scheiße, Leute. Der Geist ist kacke. Oh, oh, oh. Okay, ich glaube, wir sind tot. Was habe ich denn falsch gemacht? Der ist in uns reingegangen. Ohne Scheiß, Leute. Ich habe es ganz genau gesehen. Aber wir sind nicht explodiert. Bei dem Dicken ist er doch reingegangen und hat den zur Explosion gebracht. Der ist in uns reingegangen. 100 pro. Ich habe es gesehen. Ich weiß es echt ohne Scheiß. So viel ist der Geist. Ge-Billy ist auf jeden Fall gestorben. Versuche zu entkommen. Alter, was mache ich denn die ganze Zeit? Ich will hier nur raus. Scheiß drauf. Wir haben genug Beweismaterial gesammelt. Hier nochmal eine Aufnahme. Ihr guckt es euch an. Psycho-Experimente, Leute. Von aller feinster Sorte. Und wir haben eine neue Notiz dadurch bekommen. Ah, das habe ich mir schon angeguckt. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Ja, den haben wir auf jeden Fall gesehen. So stirbst du also. Von innen heraus in Stücke gerissen. Ja, das war diese Aktion, als der Geist ihn getötet hat. Dein Innerstes an der Betonwand verteilt. Du bist einer der Hölle entkommen. Chris Walker. Und so war. Gott helfe. Ich hoffe, es ist nicht andere geworden. Blablabla. Okay, das ist nicht so interessant. Der Krankenart. Denach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Er sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt großer Güte. Jo, haben wir auch getan. Tut mir leid, Billy. Billy ist tot. Der Wallrider, der Schwarm, was es auch immer ist, ist mit ihm verschwunden. Egal, ob ich entkomme oder hier sterbe. Ich bin frei. Wobei ich glaube, dass dieses Mistviech einfach mal bei uns reingeflottet ist. Oh Gott. Oh Gott, wir sind total verletzt. Guckt euch das mal an. Wir können kaum noch stehen. Hört ihr das Geräusch? Das ist das Geräusch von dem Geist. Mutieren wir jetzt? Ich höre immer noch die Geräusche von dem Geist. Der ist auf jeden Fall in uns, Leute. Oh, scheiße. Nicht, dass wir jetzt mutieren. Oh mein Gott, der ist fertig. Oh, der ist so fertig, der Junge. Ich brauche Hilfe. Kann mir jemanden mal einen Arzt schicken oder so? Dem geht es gar nicht mehr gut, Leute. Oh mein Gott. Oh, die arme Sacke. Someone help me, please. Help me. Ich brauche einen Arzt und zwei neue Finger, bitte. Und kann irgendjemand dieses Vieh aus mir rausholen? Falls es drin ist. Aber ich bin mir sicher, ich habe es echt gesehen, Leute. Das ist in mich reingegangen. Und wir sind nicht explodiert wie der andere. Und ich höre immer noch die Geräusche von ihm. Oh mein Gott. Der ist fertig mit der Welt. Tut mir ein bisschen leid. Oh, Hilfe. Hallo? Nimm die Waffen runter. Was? Warum schießt du auf mich, Alter? Ich habe hier alles beendet. Geht es noch oder was? Er sollte mir helfen. Gott im Himmel. Sie sind nun der Wirt. Eine Kugel hätte es auch getan, oder? Und jetzt? Das Spiel ist schon vorbei? Uh, okay. Ja, dann haben wir jetzt Outlast durchgespielt. Aber ihr seht schon, The Whistleblower, die DLC habe ich mir natürlich auch schon gekauft, Leute. Ich hoffe, ihr schaltet bei The Whistleblower wieder mit ein und spielt mit mir zusammen Outlast durch. Guckt mir dabei zu, wenn ich es für euch spiele. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Parts von Outlast mit euch in der Erweiterung. Wenn es euch gefallen hat, vergesst die Bewertung nicht, positiv oder auch negativ. Wenn ihr aber was negativs habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, damit ich weiß, was ich verbessern kann. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part von Outlast wieder. Haut rein, Leute. Euer Fyrsgrim. Bis dann. Ciao. Ciao.